Hallo ihr Lieben, ich bin's nochmal, ich bin schon mal Herr Patero, beziehungs gut, ich wollte noch sagen, ich bin in St. Gallen, das ist jetzt bestätigt, kann man auch buchen, ich dachte erst, das wäre, aus irgendwelchen Gründen dachte ich, das wäre umsonst, aber es kostet doch ein paar Franken, ich vermute mal, für euch Schweizer ist es so der Gegenwert von zwei Smarties, also in St. Gallen, in Orel-Füssli, 18. Oktober und einen Tag später bin ich auf der Olma um 12 Uhr mittags, auch am Orel-Füssli, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Stand, gut, ganz kurz, weil wir das Thema immer wieder hatten, diesmal sage ich nicht Jürgen Zitlo, sondern Julian Zitlo, die haben sich jetzt getrennt und weiterhin darf das Drama natürlich nicht sterben, das heißt, die haben beide irgendwelche Reels gedreht noch, wo der andere mit drin ist, könnte mir auch vorstellen, dass die wieder ein Revival machen, könnte ich mir super vorstellen und Ja, und um ihn, weiß ich nicht, er hat mir das Gefühl, ist auf einem ganz schwierigen Weg, also erstmal hat er sich, was man echt wirklich nie, nie, nie machen sollte, die Vornamen von Kate und seiner Frau, Alina, hast du glaube ich, auf den Hals auch noch, auf den Hals, auf den Hals tätowiert, natürlich da auch wieder Content von produziert und also das ist, das ist halt was für uns so, es gibt halt so Menschen, die sind immer, immer interessant, immer interessant, immer interessant, immer interessant, Aber es ist halt sowohl Menschen, die super, also super unscheinbar sind, nie auftauchen, als auch Menschen, die hyper interessant sind, haben häufig so bestimmte Themen, sage ich mal, und Ja, während Leute, die, ist ja auch egal, also die breite Masse hat es vielleicht nicht, aber ist dafür dann auch nicht so interessant, also er kapitalisiert das schon, aber es ist halt ein schwieriger Pfad, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, in einem anderen Video, dass so viel Spaß er auch hat dabei und das wünsche ich ihm wirklich vom Herzen, dass er ganz viel, nicht nur Spaß, sondern auch Freude hat und vielleicht sagt er auch, hey, es war es alles wert, aber dass, dass wir häufig bei diesen Sachen so eine Dosissteigerung haben, das heißt, man muss immer extremere Sachen machen, Was heißt, man muss, weil man sucht immer den nächsten Aufreger und immer noch einen obendrauf und viele finden halt nicht den Absprung und machen dann Sachen, die einfach, ja, wo es doch Konsequenzen gibt für vielleicht zu leichtsinniges Verhalten Und da habe ich jetzt folgenden Artikel gefunden, verlinkt das auch bei Promivood, dass er, ich habe das Bild das auch gesehen, dass er da meditiert und das ist wohl ein heiliger Tempel und angeblich sucht die Einwanderungsbehörde Bali ihn jetzt Und es drohen wohl bis zu zehn Jahre Haft, also ich glaube, ich will nicht, dass das passieren wird, aber Ähm, was soll das, ne? Also Also Langsam dreht er echt ein bisschen sehr Aus dem Ruder Also was mich persönlich daran so ein bisschen aufregt Man kann ja machen, was er will, aber ich meine, das ist Vermutbar, dass es ein Ort ist, der es Menschen wichtig, ne? Da gibt ja nicht einen Grund, warum es da Regeln gibt So, aber das ist wieder nur ich, 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 ich will jetzt hier Coolen Content machen, deswegen setze ich mich vor dem Heiligen Hempel, äh, Heiligen Hempel, Heiligen Tempel, scheiß was drauf, bin ich eben nackt, nehm ich eben Drogen, äh, passt das halt den Leuten vor Ort hier nicht, ist mir alles scheißegal Ich, 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 und super, das ist unsere Welt, Leute, würde ich mal sagen, ähm, also Und was man auch sehen kann, das Meditieren allein erdet eigentlich nicht immer Das ist auch, also ich finde Das ist wirklich super interessant, dass Auch viele Menschen, die ich kenne, die wirklich viel meditieren, wo ich so denke, ey, wo denen wird man eigentlich Meditieren empfehlen, wo man denkt, ey, komm mal runter Aber das Meditieren scheint irgendwie nicht dazu zu führen, vielleicht muss man auch entsprechende, äh, Intentionen haben, ich weiß es nicht, die Ersche, die man nicht hat, ähm Aber schon sehr provokant, aber finden wir schon wieder viele toll, ne? In diesem Sinne, was denkt ihr dazu? Wollt ihr auch mehr von hören? Ähm, macht die fucking Kurse Wir sehen uns bald wieder, macht den Drama-Kurs, wenn ihr euch nicht so im Drama verfangen wollt Und wir sehen uns bald wieder, ciao, ihr Lieben Wir sehen uns bald wieder, ciao, ihr Lieben